Das Hölten geht ab! Scheiße! Wie war ich halt beim Ströten? Hä? Da haben sie eine Ecke Bunkrappel. Nicht die Ecke. Und eine Kupfe. Schaut aus wie so kleine Dunkel. Da schmecken sie ja viel besser. Ja, du sagst Titten? Titten? Ja, mir ist ja wurscht. Aber bei heutiger Zeit, ich hab auch Titten. Hi, um, I would like to go to the Fiegelmüller restaurant. That's like the restaurant where they have the famous schnitzel. Schick mal um. Der Ola ruft aber. Du bist gewähltei auf der zweiten Variablen. Wurst du schon mal in Afrika? Do you know Fiegelmüller? Jumpsx! Und ... Tage ... 열� Rules zum Ausland. Ah!